Chanchalasana ist die Stellung der Waage, der Balance. Chanchala heißt sich bewegen und beweglich. Chanchala heißt aber auch Wind, Liebhaber und Geliebter. Und so kannst du mit großer Liebe Chanchalasana die Waage üben. Ausgangsposition ist der Lotus. Und dann gib die Hände, entweder Handflächen, Fingerspitzen oder Fäuste auf den Boden, kleiner Tipp, mit Fäusten ist es leichter, und hebe dann das Becken hoch. So bist du ein Chanchalasana, welche Bauchmuskeln und Armmuskeln besonders gut stärkt.